Ja hallo herzlich willkommen wieder an meinem Kanal und jetzt wird mein neues Drift das ich vorgestellt habe. Ich habe eine ganz echt heiße Karosse gekauft. Aber wir fahren erst einmal Onboard mit. Ihr seht nicht gleich was es ist. Lasst euch überraschen. Okay es geht los. So jetzt tun wir mal das geheimnis Lüften. Welches Chassis ist es? Ja so ein cooler Karosse fand ich. Habe ich mir extra bei ebay in amerika bestellt. Und jetzt werden wir noch ein paar Fahrten genießen. Dann habe ich noch eine Kamera. Die hoffentlich noch an ist. Und geht. 6 Minuten. So läuft noch. Ja jetzt ist die Stadt. Ja. 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 Ja.